Jungs, habt ihr letztens gesehen den Film? Welchen? Avengers? Avengers? Ja klar doch. Klar doch, krasser Film. Aber die haben diese Captain America geklaut. In dem Film haben die Captain America geklaut? Nein, nicht in dem Film. Die haben diese Held geklaut. Den haben sie geklaut. Diese Avengers haben die Idee von Captain America geklaut. Von wem denn? Von den Araber haben die damals gemacht den Film. Wie von Araber? Er heißt eigentlich Captain Libanon. Was kaltest du wieder für eine Scheiße? Was für eine Scheiße? Captain Libanon. Captain Libanon. Wie Captain Libanon? Er hat Schild mit Apfelbaum drauf. Mit Apfelbaum? Ja. Was für Apfelbaum? Apfelbaum hat er drauf. War nicht Schilderbaum, wa? Adambaum. Was redest du da? Captain Libanon. Captain Libanon. Er hat ein Shawarma gegessen mit Atom. Deswegen ist er zu Captain Libanon geworden. Ein Shawarma mit Atom? Ja. Du quatsch immer so eine Scheiße. Ich hab den Film gesehen damals. Letztes Mal, du erzählst mir. Wir sind gelaufen und dann ist vor uns ein Tor raufgefallen. Auf Boden. Warst du nicht da gewesen? Wo war ich dabei gewesen? Als wir Ben & Jerrys gegessen haben. Ben & Jerry? Das heißt Ben & Jerry. Das heißt Ben & Jerrys. Das heißt Ben & Jerrys, man. Der Typ, der das Eis macht, er ist Türke eigentlich. Deswegen, er sagt immer Ben & Jerry. Ben, ich Jerry. Ist dein Ernst gerade? Was? Ihr wollt mich verarschen beide, wa? Ey. Egal. Vergiss mal kurz das Eis. Da ist kein Tor vor uns runtergefallen. Du warst da gewesen. Warum soll da überhaupt kein Korn gefallen sein? Roberto Carlos, er hat geschossen. Roberto Carlos hat das Tor geschossen. Er hat beigeschossen gegen Pfosten und ist geflogen dann. Wie ist geflogen? Tor ist geflogen! Ist dein Ernst gerade? Hast du nicht seine Oberschenkel gesehen? Tayyip, okay. Aber trotzdem. Die sind so dick, seine Oberschenkel. Die nennst du nicht? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Er ist... Er ist... Weil du immer wieder so eine Scheiße gemacht hast. Was war eine Scheiße? Er ist Carlos. Carlos, Carlos. Er ist Onkel. Er hat so... So Onkelschenkel. Onkelschenkel? Was quatscht das da? Komm, was da wieder reden? Komm, was da wieder reden? Immer wieder. Kämpft Liban, man. Du bist behindert im Kopf, man. Was war ihr behindert? Al Atomdöner. Schauen wir mal. Er ist so behindert. Wer ist er eigentlich? Wer bist du? Wer ist das? Das klappt nicht. Wirklich.